Der wird, wie gesagt, auch hier keine Mehrheit bekommen. So sind die Verhältnisse im Moment, die Mehrheitsverhältnisse im Moment im Bundestag, sodass wir schauen können auf den nächsten Tagesordnungspunkt, der hier gleich ansteht und für den dann wieder mal eine Stunde einberaumt ist als Diskussionszeitraum. Es geht um die Pressefreiheit. Artikel 5 Grundgesetz. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Das, wie gesagt, Grundgesetz Artikel 5. Aber es gibt im vergangenen Jahr, es gab im vergangenen Jahr so viele Angriffe wie noch nie zuvor. Auch für Journalistinnen und Journalisten. 252 Angriffe hat es gegeben. Die Bundesregierung hat das den Grünen auf eine Anfrage mitgeteilt. Es sind mehr als doppelt so viele wie im Jahr zuvor. Beleidigungen zählt dazu, Bedrohungen, Sachbeschädigungen, auch Körperverletzungen, Brandstiftung und Raub. 144 der Angriffe waren rechtsmotiviert, 42 links. Und deswegen ist diese Debatte eine wichtige Debatte. Es liegen ein, zwei, drei Anträge von der FDP vor, einer von den Grünen und von den Linken. Und es sind verschiedene Aspekte beleuchtet des Themas Pressefreiheit bis hin zur Pressekonzentration, aber auch einen freien und fairen Medienmarkt. Es geht um Konsequenzen aus dem Zeitungssterben beispielsweise. Und es geht in erster Linie auch darum, Gewalt gegenüber Journalistinnen und Journalisten und Pressevertretern öffentlich zu verurteilen. Die Aussprache ist eröffnet. Erste Rednerin wird sein Elisabeth Motschmann aus der Unionsfraktion, wo sie Kultur- und medienpolitische Sprecherin ist. Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Aufmerksamkeit möchte ich natürlich haben. Das ist ja klar. Respektlosigkeit, Hass und Gewalt richten sich nicht nur gegen Politik, Polizei oder Rettungskräfte, sondern inzwischen auch gegen Journalisten. Und das ist schlimm, liebe Kolleginnen und Kollegen. So kann und darf es nicht weitergehen. Hierzu vier Punkte. Erstens. Die Demokratie braucht freie Presse. Presse- und Informations- und Meinungsfreiheit sind elementar wichtig für unsere Demokratie. Wir alle sind darauf angewiesen, mithilfe eines verlässlichen und vielfältigen Informationsangebots unsere Meinung bilden zu können. Und da können wir uns auch mal bedanken bei unseren Medien in unserem Land. Sie haben es verdient. Pressefreiheit ist genauso ein Grundrecht wie zum Beispiel Demonstrationsfreiheit. Pressefreiheit ist die Visitenkarte einer Demokratie. Sie gibt Auskunft über den Zustand eines Landes. Das ist nicht nur bloße Theorie. Im Corona-Jahr 2020 stieg das Informationsbedürfnis auf ein Rekordniveau. Neun von zehn Personen ab 14 Jahren haben sich täglich im Fernsehen, Radio, Online oder in Printmedien über das aktuelle Pandemiegeschehen und seine Auswirkungen informiert. Zweitens. Angriffe auf Journalisten schaden der Pressefreiheit und der Demokratie natürlich. Gestiegen sind in dieser Zeit leider auch gewaltsame Angriffe gegen Journalisten. Und genau das nimmt bei uns gerade eine ganz neue Qualität und Dimension ein. Daran dürfen wir uns nicht gewöhnen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Reporter ohne Grenzen hat 2020 mindestens 65 gewalttätige Angriffe gegen Journalisten gezählt, fünfmal mehr als im Vorjahr. Journalisten berichten uns von Einschüchterungsversuchen auf allen Ebenen, Morddrohungen, körperlichen Angriffen und Attacken in sozialen Medien. Vor allem die Berichterstattung von Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen ist für sie zu einer erheblichen Gefahr geworden. Es wird Lügenpresse gebrüllt oder von Systemmedien fabuliert. Schlimmer, sie werden bedroht oder gar tätlich angegriffen. Das ist eine Schande für unser Land. In Deutschland ist es zum Glück nicht der Staat, der die Arbeit der Medien einschränkt. Es sind Angriffe aus der Mitte der Gesellschaft von rechts und von links, die die Pressefreiheit bedrohen. Und aus Worten werden Taten, aus Hass wird Gewalt. Die Respektlosigkeit beginnt immer mit der Sprache. Als Abgeordnete müssen wir mit gutem Beispiel vorangehen. Tun wir das? Ja, die große Mehrheit des Hauses tut das. Meister sprachlicher Entgleisungen und Respektlosigkeiten ist die AfD. Im letzten Jahr gingen zwei Drittel aller Ordnungsaufrufe, Herr Gauland, auf das Konto der AfD. Traurige Spitzenreiterposition von Ihnen. Gerade gestern haben wir übrigens ein wunderbares Beispiel bekommen, wie respektlos Sie mit Kollegen umgehen. Der Kollege Dr. Christian Wirth, AfD, hat gesagt, Zitat, Ihr Tourette-Syndrom in Ehren. Frau Kollegin, jetzt rede ich. Wenn das nicht menschenverachtend ist, dann weiß ich nicht, was das ist. Von Vorbildfunktion kann bei Ihnen leider keine Rede sein, Frau von Storch. Ja. Und ich habe es auch selbst erfahren bei meiner letzten Rede zur Sprache. Da hat einer Ihrer Abgeordneten, Uwe Schulz, so berichtet von dem Abgeordneten Jens Brandenburg, der es allein offenbar hören konnte, da haben Sie mich als alte Schrulle bezeichnet. Es ist eine Ehre, wenn Sie mich kritisieren. Aber ich sage Ihnen, das ist wirklich auch unverschämt. Und im Übrigen ist es Altersdiskriminierung, und zum anderen ist es Frauendiskriminierung. Und dagegen verwehren wir uns in aller Form. Dazu vielleicht Charles Reed, ein englischer Schriftsteller von der Mitte des 19. Jahrhunderts. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Drittens. Es besteht also Handlungsbedarf. Meine Fraktion hat im letzten Herbst ein Positionspapier zum Schutz von Journalistinnen und Journalisten verabschiedet. Darin haben wir die Rolle der Polizei und der Sicherheitsbehörden besonders hervorgehoben. Denn die Herausforderung ist nicht neu. Neu ist aber die Qualität der Angriffe. Daher brauchen wir erstens kontinuierliche Gespräche zwischen den Innenministerien, der Länder, der Polizei und den Journalistenverbänden. Zweitens muss die Rolle von Medienvertretern Gegenstand der Polizeiausbildung sein, so wie zum Beispiel in Sachsen und Bayern. Und drittens müssen die Sicherheitsbehörden die Angriffe auf Journalisten auch online verfolgen können. Es wird aber auch schon viel getan. Die Polizei schließt Journalisten bei Demonstrationen in die Einsatzkonzepte mit ein. Baden-Württemberg hat vor kurzem einen Pressekodex für die Polizei eingeführt und dadurch Standards gesetzt. Und auch die Branche selbst tut einiges. DPA, mehrere große Tages- und Wochenzeitungen sowie die Journalistengewerkschaften haben einen Schutzkodex für Medienschaffende erarbeitet. Schlimm genug, dass das nötig ist. Dadurch bekommen Betroffene zum Beispiel Personenschutz und Begleitung von Sicherheitspersonal bei Dreharbeiten. Schließlich viertens ein Blick auf die internationale Presse. In Deutschland wird die Lage der Pressefreiheit durch Reporter ohne Grenzen noch als zufriedenstellend bezeichnen. Wir sind gesagt leider. International ist sie schlechter denn je. Ob Belarus, Brasilien, Russland, China oder die Türkei, kritische Radiosender, Zeitungen oder Online-Medien werden geschlossen oder auf staatliche Linie gebracht, unabhängige Journalisten inhaftiert und verfolgt. Wir erleben es gerade in Russland. Autokratische Regime bedrohen die Pressefreiheit oder schaffen sie ganz ab. Leider geben auch einige Länder der Europäischen Union Grund zur Sorge. Ich denke an Ungarn, Polen oder Slowenien. Ich schließe und sage zum Schluss, Pressefreiheit ist ein hohes Gut unserer Demokratie. Sie zu bewahren, zu schützen und um sie zu kämpfen, ist unsere gemeinsame Pflicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Elisabeth Motschmann, die kultur- und medienpolitische Sprecherin der Unionsfraktion, hat die Debatte im Bundestag über den Schutz von Pressefreiheit und Medien eröffnet. Es liegen mehrere Anträge vor von FDP, Grünen und Linken zu diesem Thema, die auch unterschiedliche Aspekte beleuchten. Der nächste Redner hier im Parlament ist Martin Renner, der kultur- und medienpolitische Sprecher der AfD-Fraktion. Grüß Gott, Herr Präsident. Nur noch drei verbleibende Plenarwochen, also nicht mehr so ganz viel Zeit. Also hat die FDP-Fraktion Themenschnipsel und sonstiges Liegengebliebenes zusammengefegt und mit schön klingenden Titeln in inhaltsleere Anträge gepresst. Wir folgen hier der Beschlussempfehlung aller befassten Ausschüsse. In erster Linie will ich mich hier mit dem Antrag der Grünen beschäftigen, nämlich Non-Profit-Journalismus altgemeinnützig anerkennen. Hinter diesem sehr schönen und unschuldig daherkommenden Titel lubt schon die Fratze der grünen Ideologie. Es schlägt einem der Atem des Zerrbildes einer grün geprägten Gesellschaft entgegen. Hass auf Leistung, Hass auf Gewinne durch Leistung, Hass auf die Marktwirtschaft. Ihr Grünen, da Sie es offenbar nicht verstanden haben, ich helfe Ihnen gerne weiter. Wir haben doch schon einen Non-Profit-Journalismus, heißt nur anders, nämlich öffentlich-rechtlicher Rundfunk, für den man als Bürger jährlich bereits 8 Milliarden Euro abpresst und bezahlen muss, weil er ja angeblich gemeinwohlorientiert sein soll und sein muss. Doch das reicht den Grünen offensichtlich noch nicht. Die ohnehin schon sehr weitgehende ideologische Gleichschaltung unserer Medien geht Ihnen nicht schnell genug voran. Die mit Steuerngeldern des Bundes, der Länder, latent geförderte ökosozialistische Dominanz in Kultur und Medien ist Ihnen noch nicht genug. Der von Ihnen betriebene und entfachte Kulturkampf in unserer Gesellschaft lodert Ihnen noch nicht hoch genug. Sie beklagen aufgrund der geltenden Rechtslage ein fehlendes finanzielles Engagement gemeinnütziger Stiftungen für Journalismus. Ich sehe jetzt schon, wie die ehemalige Stasi-IM-Victoria als Chefredakteur zukünftig massenhaft neomarxistische Ideologie-Pamphlete vorbereitet und verbreitet. Und dies dann als Ersatz für sinkende Auflagen im Pressewesen. Sie beklagen, dass ausgerechnet der Verein korrektiv nur über seine nebenbei betriebene Bildungsarbeit den Gemeinnützigkeitsstatus erhält. Verflixt. Man muss also auch noch arbeiten und kann sich nicht ausschließlich seiner eigenen Berufung widmen, so als sozialistische Gesinnungs- und Zensurbehörde mit Anspruch auf Allwissen und einzig erlaubter Sichtweise. Und schaut man dann in die Fußnoten ihrer Antragsdokumentationen, dann sieht man radikal linke Köpfe dort, zum Beispiel Korrektiv, Attac und grüne Jugendmitbegründer mit bestem Draht zum Kampaktverein. Übrigens, sowohl Kampakt wie auch Attac wurden die Gemeinnützigkeit erst kürzlich entzogen, dann aber lautendes Wüten des Kommunistengeheul und jetzt ist das wieder umstritten. Es geht in diesem Antrag, in Ihrem Antrag, nicht um Gemeinnützigkeit. Es geht nicht um eine angeblich weitere Stütze in unserer Demokratie. Es geht Ihnen hier ausschließlich um Meinungshoheit und um Deutungsdominanz in Medien, Presse und Internet. Es geht Ihnen um die kulturelle Hegemonie, so ganz nach den Anweisungen des Erzkommunisten Antonio Gramsci aus dem letzten Jahrhundert, der Ihnen genau vorgibt, wie diese kulturelle Hegemonie zur Durchsetzung der marxistischen Philosophie in das Alltagsbewusstsein der Bürgerlichen hineingekämpft werden kann. Es geht Ihnen also um die Befeuerung Ihres ökosozialistischen, neomarxistischen Kulturkampfes. Aber Marxismus und Kommunisten und Kommunismus haben auf dieser Welt, weiß Gott, schon mehr als genug Menschenleben gekostet. Und wir, wir sind angetreten und berufen, um Sie daran zu hindern. Und wir werden siegen. Wenseremos! Martin Rabanus ist Kultur- und medienpolitischer Sprecher seiner Fraktion. Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Nachdem Herr Renner eindrücklich unter Beweis gestellt hat, dass die AfD in keiner Weise Teil der Lösung, sondern Teil des Problems ist, wollen wir uns dem Thema mal wieder zuwenden. Denn das Anliegen der demokratischen Oppositionsfraktionen ist ja ein richtiges. Das ist ja eines, das eben auf unsere Freiheit zielt, auf die Unabhängigkeit und die Vielfalt der Medien, die Grundlage in unserer pluralen Gesellschaft sind für die Willensbildung, für die Meinungsbildung jeder und jedes Einzelnen. Und so ist die Meinungsfreiheit, die Informationsfreiheit, die Presse- und Rundfunkfreiheit, ja in Artikel 5 des Grundgesetzes festgeschrieben und abgesichert und das Demokratieprinzip in Artikel 20, Absatz 2 des Grundgesetzes. Die SPD hat stets und wird stets die Presse- und Meinungsfreiheit gegen ihre Gegner verteidigen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dafür hat die SPD ein Aktionsprogramm für freie und unabhängige Medien beschlossen. Wir stehen zur dualen Rundfunkordnung, ja, wir stehen zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk und seinem Auftrag. Und wir stehen für gute Arbeitsbedingungen von Journalistinnen und Journalisten. Wir wollen, dass sie sozial abgesichert sind, dass sie mehr Auskunfts- und Freiheits- und Schutzrechte bekommen, die Medienschaffenden in unserem Land. Und wir haben, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Koalition eine ganze Menge auch auf den Weg gebracht. Frau Kollegin Motschmann hat darauf hingewiesen. Wir schützen Journalistinnen und Journalisten besser durch das Gesetz gegen Hass und Hetze. Auch die stärkere Zusammenarbeit der Medien mit der Polizei ist bereits benannt worden. Das ist wichtig. Wir stärken die Sicherheitsbehörden, beispielsweise auch durch das Bundespolizeigesetz. Und ich will auch auf den stärkeren Schutz von Journalistinnen und Journalisten etwa bei Querdenker-Demos hinweisen. Herr Kollege Rabanis, gestalten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Lötz? Dr. Lötz? Nein, wir fahren weiter. Wir haben eine Stunde Debattenzeit. Und es gibt ja die Gelegenheit, auf die unterschiedlichen Punkte einzugehen. Schade. Liebe Kolleginnen und Kollegen, aber wir stärken auch den Medienmarkt mit der Novelle des Urheberrechts. Auch das ist völlig zu Recht in einem der Anträge, ich meine der FDP, auch adressiert. Das ist auch wichtig. Wir haben die sozialen Rahmenbedingungen für Medienschaffende verbessert, beispielsweise auch beim Zugang zum Arbeitslosengeld I. Und wir haben zuletzt jetzt die Rechte auch der festen Freien im Medienmarkt gestärkt durch das Bundespersonalvertretungsgesetz. Aber natürlich ist noch eine ganze Menge zu tun. Und ich will auch gar nicht verhehlen, dass wir bestimmte Dinge, die wir als Sozialdemokraten in der Koalition auch wollten, mit der Union nicht haben umsetzen können. Beispielsweise ein Gesetz über den Medieninformationszugang und die Auskunft im Bund. Alle Länder haben Informationszugangsgesetze, Transparenzgesetze. Wir haben es leider nicht. Der SPD-Entwurf liegt seit 2019 vor. Das ist tatsächlich eine verpasste Chance für die Stärkung der Presse und der Medien in unserem Land. Und mich ärgert, liebe Kolleginnen und Kollegen der Union auch, dass wir die Pressefreiheit nicht durch noch stärkeren journalistischen Quellenschutz weiter haben stärken können. Auch hier liegt der Entwurf seit 2019 vor. Auch dieser Entwurf liegt bei dem Koalitionspartner. Und wir kommen da nicht weiter. Aber sei es drum. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben eine ganze Menge für die freien Medien auch erreicht. Das ist wichtig. Viele Punkte der Anträge der Opposition sind bereits umgesetzt oder sind in Umsetzung. Insofern werden die Anträge auch nicht unsere Zustimmung erfahren. Trotzdem ist es gut, dass wir diese Debatte hier heute führen können. Denn Presse und Meinungsfreiheit sind keineswegs selbstverständlich. Sondern sie müssen immer wieder neu erstritten werden. Das ist die Aufgabe aller Demokratinnen und Demokraten. Herzlichen Dank. Martin Rabanus, kultur- und medienpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Und es gibt eine Zwischenbemerkung. Gesine Lötz, die Linke. Gesine Lötz, aus der Linksfraktion. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Sie haben ja meine Zwischenfrage leider nicht zugelassen, Herr Kollege Rabanus. Darum möchte ich jetzt noch mal die Frage stellen, beziehungsweise meine Position deutlich machen. Wir haben ja heute Morgen diskutiert, im ersten Tagesordnungspunkt, über die Aufgaben des Verfassungsschutzes. Und Sie haben ja jetzt sehr wortreich dargestellt, dass Sie sich für die Rechte von Journalistinnen und Journalisten einsetzen. Warum sind Sie dann oder vielleicht auch nicht der Auffassung, dass der Verfassungsschutz die Tageszeitung Junge Welt als Organisation einstuft und beobachtet? Die Junge Welt hat ja an alle Fraktionen des Bundestages geschrieben, lediglich die Fraktion der Grünen oder zumindest eine Vertreterin der Grünen hat geantwortet. Unsere Fraktion hat dazu eine kleine Anfrage gestellt. Ich sage ganz deutlich, ich bin der Auffassung, die Beobachtung durch den Verfassungsschutz einer Tageszeitung ist nicht hinnehmbar. Wir als Linke können das nicht akzeptieren. Ich hoffe, dass das andere Fraktionen in diesem Bundestag auch nicht akzeptieren können. Deutschland ist nur noch befriedigend, herabgestuft von gut. Erst vor wenigen Tagen bedrängten und nötigten drei Männer ein Journalistenteam der Welt, als dieses live vor dem Kanzleramt berichtete. Diesmal konnte die Polizei eingreifen. Die Bundesregierung zeigte sich besorgt. Journalismus müsse ohne Angst ausgeübt werden können. Meine Damen und Herren, Demokratie kennt keinen Konjunktiv. Die aktuelle Lage für Journalisten in unserem Land ist eine gesamtgesellschaftliche Aufforderung zum Einschreiten. Journalismus ohne Angst muss ausgeübt werden können, ohne Angst. Der Tagesschau-Sprecherkonsernin Schreiber brachte es letzte Woche treffend auf den Punkt. Ich zitiere, wenn man nur noch mit Polizeischutz zu einer Demo fahren kann, was sagt das über den Zustand einer Gesellschaft aus? Aber Rückzug ist auch keine Lösung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Montag war der Tag, der internationale Tag der Pressefreiheit. Doch was hat uns dieser Tag gezeigt? Sind wir über die Momente des Wachrüttelns, der Empörung, der Mahnung und des Forderns hinausgekommen? Leider nein. Wir wissen nicht erst seit Beginn der Corona-Pandemie, dass die Hemmungen sinken, die Gewaltbereitschaft zunimmt und der gegenseitige Respekt nur noch ein Fremdwort im täglichen Miteinander ist. Das Europäische Zentrum für Presse- und Medienfreiheit hat festgestellt, dass die Angriffe in Deutschland auf Journalisten im letzten Jahr einen historischen Höchststand erreicht haben. 69 tägliche Angriffe wurden erfasst. 2019 waren es 14. In seiner aktuellen Nahaufnahme geht Reporter ohne Grenzen bei der Zahl der Angriffe von einer beträchtlichen Dunkelziffer aus. Wir sehen und wir kennen also nur die Spitze des Eisbergs. Berechtigte Kritik an Berichterstattungen muss es immer geben, aber Medienvertreter sind niemals freiwillig. Auf diese antidemokratischen Tendenzen müssen Politik und Justiz reagieren. Vor allem müssen die Lügenpresser Krakeler spüren, dass sie bestimmte Linien nicht ohne Konsequenzen überschreiten können. Reportagen und Berichte von Journalisten gefallen nicht jedem und müssen es auch nicht. Erst dann sind sie gut und wirkungsvoll. Erst dann können die Vertreter einer freien Presse als für die Gewalt, als Korrektiv wirken und Missstände aufdecken. Medienvertreter wissen, dass ihr Beruf kein leichter ist und auch nie war. Aber wenn für Kamerateams, Fotojournalisten oder Reporter der Einsatz in Kriegsgebieten statistisch sicherer ist als in großen deutschen Städten, dann haben wir ein grundsätzliches Demokratieproblem. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen die Freiheitsrechte konsequent stärken, denn sie sind für einen funktionierenden Rechtsstaat und eine lebendige Demokratie von grundlegender Bedeutung. Das schließt auch kritische Haltungen gegenüber dem Staat und seinen Institutionen mit ein. Wir müssen entschieden die Situation der Presse- und Medienvertreter verbessern und uns schützend vor sie stellen. Die Gegner unserer Freiheit, unserer Demokratie müssen spüren, wenn sie rote Linien nur als Einladung verstehen, diese zu überschreiten. Zuletzt fanden ja viele der Übergriffe bei Demonstrationen statt. Hier müssen wir auch die Polizei und die Länder stärker in die Pflicht nehmen. Es braucht eine bessere Kommunikation, ein besseres Verständnis der gegenseitigen Arbeit, mehr Respekt und Schutz. Es darf keinen qualitativen Unterschied der polizeilichen Maßnahmen geben. Gefährdungen von Leib und Leben von Medienvertretern sind genauso ein Angriff auf den Rechtsstaat wie Volksverhetzung oder Plünderungen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, für den Zustand unserer Pressefreiheit mag es in diesem Jahr noch ein Befriedigung gegeben haben. Für die zurückliegende Arbeit der Bundesregierung zur Stärkung der Pressefreiheit kann es nur ein Mangelhaft geben. Liebe Elisabeth Motschmann, Positionspapiere müssen dann auch in Regierungshandeln überleiten und dazu führen. Hören wir doch bitte auf, immer nur in Sonntagsreden die Pressefreiheit zu beschwören. Stellen wir uns schützend vor die Journalistinnen und Journalisten. Verbessern wir ihren Schutz und ihre Arbeitsbedingungen. Sensibilisieren wir die Polizei für die veränderte Lage bei Demonstrationen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist Zeit zu handeln. Thomas Hacker war das aus der FDP-Fraktion, wo er medienpolitischer Sprecher ist. Und er hat dann auch noch mal in Richtung Koalition gesagt, es sei Zeit zu handeln, gilt aber, und so habe ich es auch verstanden, für alle, denen die Demokratie am Herzen liegt. Doris Achelwilm ist die nächste Rednerin und sie ist medienpolitische Sprecherin der Linken. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Bundesrepublik ist bei der Pressefreiheitsrangliste der Reporter ohne Grenzen zurückgefallen. Der Zustand gilt offiziell nicht mehr als gut. Ausschlaggebend sind vor allem die eskalierten Demos sogenannter Querdenker. Wir haben die erschreckenden Bilder bundesweit gesehen, sogar hier vor dem Reichstagsgebäude. Die Lage ist ernst. Journalistinnen und Journalisten werden bei ihrer Arbeit beschimpft, bedroht, aggressiv angegriffen. In Deutschland haben sich solche Vorfälle im vergangenen Jahr verfünffacht. Diese Situation darf nicht als neue Normalität hingenommen werden. Medientätige und Pressefreiheit müssen vor Übergriffen sicher sein. Und dafür sind nicht nur die Länder zuständig, sondern auch dieses Haus ein Auftrag, dem die GroKo noch nicht ausreichend gerecht geworden ist. Die bekannten Versammlungen und ihre Auswüchse sind aber nicht annähernd das Einzige, was uns medienpolitisch alarmiert. Lokaljournalismus kämpft vielerorts um seine Existenz. Diffusionen von Verlagen, Redaktionen und Meinungsmacht nehmen beträchtlich zu. Der Markt der Zeitschriften und Zeitungen wird von wenigen Konzernfamilien und Verlagsgruppen dominiert. Die Umsätze fließen spitz nach oben, während sich aus Tarifverträgen immer mehr rausgezogen wird. Die Folgen für Demokratie, Medienversorgung und Journalismus müssen uns hier viel intensiver beschäftigen. Während zu meinen Studienzeiten, das auch schon eine Weile her, noch viele beruflich irgendwas mit Medien machen wollten, ist längst fraglich, ob das heute noch so ist. Unterbezahlung und Geringschätzung prägen mittlerweile das Berufsbild. Es gibt trotzdem weiter absolut großartigen, notwendigen, wichtigen Journalismus, weil Medienschaffende dafür einstehen und arbeiten. Aber es muss für sie auch ein sicheres Auskommen geben. Unabhängigkeit, Schutz, Perspektiven, was wir dafür tun können, haben wir als Linksfraktion in unserem Antrag zur Debatte dargelegt. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, es kann uns nicht kalt lassen, dass Medienbesitzer Milliarden mehren, während der Beruf des Journalisten, der Journalistin ein soziales Wagnis darstellt. Es kann uns nicht kalt lassen, dass in den Redaktionen unter diesen Umständen kaum die Breite der Gesellschaft vertreten ist. Ein Arbeitsumfeld der standardmäßigen Befristungen und Taschengeldhonorare, das kann sich nur der Nachwuchs leisten, der von Haus aus finanzielle Polster und Vertrauen in eigene Aufstiegschancen hat. Und das letzte Jahr hat diese Situation noch gravierend verschlechtert. Die Auftragseinbußen waren und sind enorm. Darauf hat die Bundesregierung keine Antwort gefunden. Nicht strukturell für die Medienlandschaft, nicht individuell für Freiberufler, etwa in Form eines Unternehmerinnenlohns, der fehlende Einnahmen vernünftig kompensiert. Und das muss sich immer noch ändern. Mitunter wurde problematischen Entwicklungen sogar Vorschub geleistet. Das Konzept der Presseförderung, das den strauchelnden Printmedien unter die Arme greifen sollte, hätte vor allem großen Verlagen geholfen, weil die Mittel für technische Investitionen ausgerechnet nach Auflagenstärke verteilt werden sollten, frei nach dem Motto, wer hat dem Wert gegeben. Es kam jetzt, wie es kommen musste. Nach substanzieller Kritik hat das Wirtschaftsministerium den Plan verworfen. Ich hoffe, dass es bald, wie von uns gefordert, zu einer Lösung kommt, die Medienvielfalt auf Höhe der Zeit unterstützt statt untergräbt. In die sehr mittelmäßige medienpolitische Bilanz dieser Regierung reiht sich außerdem ein blockiertes Whistleblower-Schutzgesetz ein. Dabei bräuchten wir genauso ein Gesetz, das Menschen schützt, die gravierenden Missstände in Wirtschaft oder Politik aufdecken. Bei der Gelegenheit sei an Julian Assange erinnert, der seit über zwei Jahren in einem Hochsicherheitsgefängnis in London sitzt und maßlose Strafen fürchtet, weil er Kriegsverbrechen offengelegt hat. Das ist ein Exempel gegen jeden Journalismus, der sich mit den Mächtigsten anlegt. Wir fordern, dass sich für seine Freilassung von hier aus sichtbarer engagiert wird, wozu die Linksfraktion diverse Initiativen ergriffen hat, die wir auf jeden Fall fortsetzen. Es darf nicht sein, dass die Bundesregierung dem Thema Pressefreiheit so wenig Beachtung schenkt, wie das in den letzten Jahren hier tatsächlich passiert ist, dass sich andererseits aber ein Bundesinnenminister nicht zu schade ist, gerichtliche Schritte gegen eine Kolumnistin anzudrohen. Der Gesundheitsminister ist tatsächlich gegen Journalisten vorgegangen, die über seine Villa beim Grundbuchamt recherchierten. Was sind das für Signale? Gerade nach diesem Jahr ist es an der Zeit, andere Weichen zu stellen, andere Botschaften zu senden. Wir brauchen Gesetze, die Medienvielfalt fördern und investigative Kontrollmöglichkeiten von Politik und Wirtschaft schützen, Schwerpunktstaatsanwaltschaften, damit angegriffenen Journalisten wirklich geholfen wird, und die Verfahren nicht, wie so oft, bagatellisiert und eingestellt werden. Die erste Freiheit der Presse besteht darin, kein Gewerbe zu sein, hat Marx gesagt, und in der Sache bis heute recht. Dieser Gedanke muss wieder mit neuen Konzepten gedacht werden, genauso wie deutlicher werden muss, dass Journalistinnen und Journalisten offensiv vor Gewalt und vor staatlichen Einschränkungen geschützt werden müssen. Vielen Dank. Doris Achelwin war das, die medienpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag. Und jetzt haben wir gleich den Reigen komplett, denn ans Pult geht die medienpolitische Sprecherin der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Margit Stumpf ist das, und es geht hier natürlich nach wie vor um das Thema Pressefreiheit und Medien und deren Schutz. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Non-Profit-Medien wie Korrektiv, Finanztipp oder Frag den Staat sind nicht mehr aus unserer Medienlandschaft wegzudenken. Sie tragen zur Vielfalt der Berichterstattung bei, liefern wichtige Informationen für alle Lebensbereiche und leisten oft einen substanziellen Beitrag zur politischen Willensbildung. Ihr Beitrag stärkt unsere Demokratie und nützt der liberalen Gesellschaft. Daher rührt wohl auch der abgrundtiefe Hass der Rechten auf diese Medien. Allein auf die steuerrechtliche Anerkennung als gemeinnützig müssen Non-Profit-Medien verzichten, ganz im Gegensatz zu den Pfadfindern, zum Fußball oder zum Modellflug. Das klingt widersinnig, und das ist widersinnig. Denn wer außer den verbalen und rechtsextremen würde abstreiten, dass unabhängiger, nicht gewinnorientierter Journalismus einen wesentlichen Beitrag zur Funktion einer demokratischen Gesellschaft leistet. Trotzdem müssen Non-Profit-Medien bisher ihre Gemeinnützigkeit durch andere Zwecke belegen, wie zum Beispiel durch Volksbildung. Das heißt, sie müssten den größten Teil ihres Engagements aus anderen als gemeinnützig anerkannten Zielen widmen und sind dennoch in hohem Maß der Rechtsunsicherheit ausgeliefert, die örtlichen Finanzämter entscheiden. Das passt nicht mehr in die Zeit, gerade heute, wo die Medienvielfalt durch Konzentrationsprozesse und die Entwicklung im Digitalen zunehmend bedroht ist. Deswegen fordern wir die Aufnahme von Non-Profit-Journalismus in den Katalog der gemeinnützigen Zwecke in der Abgabenordnung. In dieser steuerrechtlichen Anpassung sehen wir einen unkomplizierten und kostenfreien Beitrag zur Stärkung der Medienvielfalt. Wir Grüne sind überzeugt, Non-Profit-Medien können neben den etablierten öffentlich-rechtlichen und den privaten Medien zu einer weiteren wichtigen Säule in einer vielfältigen Medienlandschaft werden. Medienvielfalt und Pressefreiheit sind eng miteinander verbunden. Das eine bedingt das andere. Wenn Medien unabhängig von Staat und Wirtschaft ihrer Arbeit nachgehen können, ist das eine gute Voraussetzung für die Sicherung von Pressefreiheit und einer vielfältigen Medienlandschaft. Zum Erhalten zur Stärkung von qualitativ hochwertigem Journalismus müssen Bund und Länder gemeinsam die richtigen Rahmenbedingungen schaffen. Das ist wegen der gebotenen Staatsförderung und Unabhängigkeit nicht einfach. Dazu bedarf es auch unterschiedlicher Instrumente. Die vorige Woche mit Ansage gescheiterte Presseförderung der Bundesregierung gehört nicht dazu. Das musste sich das Bundeswirtschaftsministerium nun auch selbst eingestehen. Wir haben diesen Ansatz von Beginn an als einseitig und falsch kritisiert und arbeiten mit der Unterstützung der Wissenschaft an einem verfassungsgemäßen Vorderkonzept. Nächsten Mittwoch werden wir dazu das von uns in Auftrag gegebene Gutachten des Mainzer Medieninstituts zur Journalismusförderung vorstellen. Im Dialog mit den Bundesländern und den Medien wollen wir auf dieser Grundlage ein medienübergreifendes Fördermodell nach skandinavischem Vorbild erarbeiten. Wie gesagt, das ist ein Instrument. Ein anderes, unbürokratisches und unkompliziertes Mittel zur Stärkung der Medienvielfalt und der Pressefreiheit ist die Aufnahme des Non-Profit-Journalismus in den Katalog der gemeinnützigen Zwecke in der Abgabenordnung. Dafür bitte ich Sie um Ihre Zustimmung. Axel Müller, CDU, CSU, ist der nächste Redner. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin Jahrgang 1963. Das ist das Jahr, in dem Kennedy Berlin besuchte, aber auch das Jahr, in dem er ermordet wurde. Schon ein Jahr zuvor, 1962, ereignete sich in der Bundesrepublik Deutschland etwas, was mich später als politisch interessierten jungen Menschen und auch Jurastudenten sehr beschäftigt hat, ebenso beschäftigt hat wie das tragische Schicksal des amerikanischen Präsidenten. Etwas, von dem nur noch wenige in diesem Haus wahrscheinlich als Zeitzeugen berichten können. Einer sitzt direkt hinter mir. Ich meine die Spiegel-Affäre. Den Herausgebern des Magazins der Spiegel, Rudolf Augstein, zeitweise Mitglied des Deutschen Bundestages, und seinem Kollegen Konrad Ahlers, später Regierungssprecher und Staatssekretär, wurde der Vorwurf des Landesverrates gemacht, im Zusammenhang mit Veröffentlichungen um die Beschaffung des Kampfflugzeuges Starfighters und dem damaligen Verteidigungsminister Franz Josef Strauß. Es wurden Redaktionsräume durchsucht, Unterlagen beschlagnahmend. Ja, die beiden, Herr K. Ahlers und Augstein, wurden sogar zeitweise in Untersuchungshaft genommen. Und sie haben sich beim Bundesverfassungsgericht dann gegen diese staatlichen Maßnahmen beschwert. Das hat 1966 dann ein bahnbrechendes und auch mehr als ein halbes Jahrhundert später nach wie vor gültiges Urteil, Grundsatzurteil erlassen. Und an dieses sollten wir uns gerade in Zeiten der Pandemie, in der wir die Presse als systemrelevant eingestuft haben, erinnern. Das Bundesverfassungsgericht hat eine klare Richtschnur für das Verständnis von Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 unseres Grundgesetzes vorgegeben, wo ja geschrieben steht, die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Da gehen die Meinungen in diesem Haus, wenn ich nach rechts schaue, bekanntlich auseinander, aber das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Kernsätze der erwähnten Entscheidung sind, eine freie, nicht von der öffentlichen Gewalt gelenkte, keiner Zensur unterworfene Presse ist ein Wesenselement der freien Berichterstattung. Weiter heißt es in dieser Entscheidung, in der repräsentativen Demokratie steht die Presse zugleich als ständiges Verbindungselement und Kontrollorgan zwischen dem Volk und den gewählten Repräsentanten in Parlament und Regierung. Was folgt daraus? Das ist eine Institutsgarantie für eine freie Presse in einer privatwirtschaftlichen Struktur und die Verpflichtung des Staates, genau darüber zu wachen, dass es keine übermäßigen Konzentrationen am Meinungsmarkt geben darf, dass keine Informationsmonopole entstehen dürfen, aber auch, dass Übergriffe gegen die Medienvertreter in persona abzuwehren sind. All das tut die Bundesrepublik Deutschland bereits in vielerlei Hinsicht und an zahlreichen Stellen. Darauf will ich mit Blick auf die beiden Anträge von FDP und Linke kurz eingehen. Wir haben eine freie, privatwirtschaftlich agierende Presse und wir unterstützen sie auch durch zahlreiche gesetzliche, aber auch tatsächliche Leistungen. Zum einen das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, das es möglich macht, Preisbindungen festzusetzen bei Presseprodukten, aber auch möglich macht, wirtschaftlich sinnvolle Fusionen zum Erhalt von Medienunternehmen zuzulassen. Und wir haben die Möglichkeit geschaffen, was den Transformationsprozess im Digitalen anbelangt, zu unterstützen, indem wir 220 Millionen Euro bereitgestellt haben. Allein im Nachtragshaushalt 2020 waren das 20 Millionen Euro. Die Linke kritisiert den Verteilerschlüssel. Dabei ist er, wie ich meine, durchaus transparent und plausibel. Er knüpft dann Auflagenstärke an Verbreitungsgebiet an und setzt voraus, dass mindestens 30 Prozent redaktioneller Anteil bei einem Blatt bestehen muss. Auch den von der Linken geforderten Schutz, was die Strafbarkeit vor sogenannten Datenhehlerei anbelangt, haben wir in § 202 D StGB bereits festgelegt. Ich weiß, Sie wollen die Gruppe der Journalisten hier quasi ausdehnen, zu einer nicht dieser Berufsgruppe zugehörigen weiteren Gruppe, den sogenannten Wisselblauen. Wir haben einen Anfang gemacht, was die Verletzung von Geschäftsgeheimnissen anbelangt. Da haben wir die Wisselblauer geschützt. Zu weiteren Ausdehnungen, denke ich, sind wir bereit. Darüber muss man reden. Wir haben aber auch Journalisten und Journalistinnen nach § 53 der Strafprozessordnung davor geschützt, dass sie sich und ihre Informationsquellen preisgeben müssen, beispielsweise in einem Strafverfahren. Über die nationale Ebene hinaus hat die Bundesrepublik Deutschland die europäische Ratspräsidentschaft dazu genutzt, in einer von Kulturstaatsministerin Monika Grütters geführten Arbeitsgruppe festzuschreiben, wie ein pluralistisches und widerstandsfähiges Mediensystem von grenzüberschreitenden Angeboten national wie auch EU-weit geschaffen werden kann. Deutschland engagiert sich, was Pressefreiheit anbelangt, in der OSZE, in den Vereinten Nationen, und es hat die Europäische Menschenrechtskonvention ratifiziert, wo in Artikel 10 ausdrücklich die Pressefreiheit normiert ist. Und wir haben auch, um der Forderung der FDP nachzukommen und ihrem Antrag Rechnung zu tragen, unsere Sicherheitsbehörden im Umgang mit Journalisten und Journalistinnen aussprechend geschult. Die Kollegin Motschmann hat das, denke ich, ausführlich dargestellt. Und es muss doch festgehalten werden, dass es im vergangenen Jahr mehr als drei Viertel der Übergriffe auf Journalisten und Journalistinnen oder Medienvertreter bei Demonstrationen gegeben hat, entweder auf oder am Rande von Corona-Demonstrationen, aber auch, und das hat die Kollegin Achel, wir haben leider vergessen, am 1. Mai. Und wir tun alles, dass wir dem Einhalt gebieten. Unter anderem werden wir auch solche zahlenmäßig, zwar zu Recht von inkredisiert, nicht erfassten Vorgänge in den Mittelpunkt drücken, und das tut der Bundesinnenminister, indem er selber diese Dinge in den Fokus nimmt und öffentlich ächtet. Und das ist meines Erachtens nach oftmals mehr wert als eine weitere Statistik, ein weiterer Bericht, der irgendwo in einer Schublade verschwindet. All das und noch viel mehr findet sich in einem wirklich lesenswerten Positionspapier der CDU-CSU-Fraktion vom November 2020 auch die Forderung an das Auswärtige Amts, sich für einen UN-Sonderbeauftragten zum Journalistenschutz einzusetzen, da gibt es auch einen entsprechenden Grundsatzbeschluss aus der 18. Wahlperiode. Und ganz zum Schluss, liebe Kolleginnen und Kollegen, was die Klage beider Antragsteller, die ich genannt habe, sowohl von FDP als auch von Linke anbelangt, was Hass und Netze im Netz anbelangt, die auch leider vor Journalisten und Journalisten nicht Halt macht, unserem entschiedenen Vorgehen dagegen, beispielsweise mit dem Gesetz zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität, wollte sich hier im Hause vonseiten der Oppositionsfraktionen niemand anschließen. Mit erheblicher Verzögerung ist es uns gelungen, das dann doch noch über den Vermittlungsausschuss im Bundesrat auf den Weg zu bringen. Und dieses Gesetz gilt und das wird wirken. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege. Herr Axel Müller für die Unionsfraktion in der Debatte des Bundestages über den Schutz von Pressefreiheit und Medien. Und in dieser Debatte steht auf der Rednerliste jetzt Albrecht Glaser aus der AfD-Fraktion. Nächster Redner ist der Kollege Albrecht Glaser, AfD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, mit Ihrem Antrag wollen die Grünen einen sogenannten Non-Profit-Journalismus als gemeinnützig steuerlich subventionieren. Beklagt wird ein Marktversagen hinsichtlich der medialen Versorgung der Bevölkerung. Meine Damen und Herren, das könnte vielleicht auch das Relotius-Syndrom sein. Der gemeinnützige, von steuerbegünstigten Spenden durch Karussellfinanzierung unterhaltenen Non-Profit-Journalismus hat inzwischen seit in Deutschland eine große Szene, aus deren Lobby-Konzeptpapier der Grünen-Antrag im Wesentlichen abgeschrieben worden ist. Die tonangebende gemeinnützige Aktiengesellschaft Fineo schleuste im letzten Berichtsjahr 24 Millionen an steuerbegünstigten Spenden in ein breites Umfeld anderer steuerbegünstigter Einrichtungen. Sie tut das mit dem Verständnis, ich zitiere, dass der Journalismus derzeit um eine orientierungsgebende Funktion in der Gesellschaft ringt. In Wahrheit also wohl eher um eine manipulative Vormundschaftsanmaßung, meine Damen und Herren. Ringkämpfer auf diesem Feld ist unter anderem das Forum gemeinnütziger Journalismus, dem die Taz-Parteistiftung, die Augstein-Stiftung, die Belltower, die Queer.de und ähnliche angehören. Diesem Forum gehört auch die bekannte gemeinnützige Korrektiv GmbH an. Gemeinnützige. Bekannt auch deshalb, weil sie, wie auch etwa die dpa, im Auftrag des großen Mittelständlers Facebook gut bezahlte Netzkontrolle betreibt, um Regierungszensurvorgaben umzusetzen. Der Geschäftsführer der Geschäftsidee gemeinnütziger Journalismus erfunden hat, hatte 2015 ein gemeinnütziges Jahresgehalt von über 110.000 Euro. Die Zuwendungen an Korrektiv kommen überwiegend aus der SPD-nahen Brost-Stiftung, die eng mit der Friedrich-Ebert-Stiftung kooperiert. Unter dem Etikett der Volksbildung wurde die Korrektiv GmbH als gemeinnützig anerkannt, nicht für ihren Journalismus. Ob es eine Betriebsprüfung der Steuerverwaltung je gegeben hat, um zu schauen, was tatsächlich unter dieser GmbH passiert, ist nicht bekannt. Die Entscheidung eines Finanzamtes, dem Netzwerk Attac, die Gemeinnützigkeit zu entziehen, wurde im Januar 2019 vom Bundesfinanzhof bestätigt. Seither findet ein Hauen und Stechen um den steuerlichen Status der Gemeinnützigkeit statt, der nach Rechtslage nur Körperschaften zugutekommen soll, die ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, bildtätige und kirchliche Zwecke verfolgen. Linken politischen Gesinnungsjournalismus unter Gemeinnützigkeit subsumieren zu wollen, meine Damen und Herren, ist unlauterer Wettbewerb zu ehrlichem Journalismus, der um seine entgeltlichen Kunden werben muss. Diesem Irrwitz setzt die Krone auf, ich komme zum Ende, Herr Präsident, dass die Grünen dem linksradikalen Forum Gemeinnützigkeit und Journalismus per Spendensiegel die Entscheidungsgewalt übertragen wollen, in welchen Fällen die Finanzverwaltung die Gemeinnützigkeit anerkennen soll und in welchen nicht. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist das Gegenteil von dem, was heute eigentlich Gegenstand der Diskussion sein sollte. Vielen Dank, Herr Kollege Glaser. Ja, Frau Kollegin, aber es passiert nicht nur Rednern der AfD, sondern das hatten wir gestern Nacht beispielsweise auch bei Abgeordneten der SPD und der Bündnis 90 Die Grünen. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber ich könnte es tun. Ich habe das noch in Erinnerung. So, nächste Rednerin ist die Kollegin Elvan Korkmaz-Emre, SPD-Fraktion. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, Reporter ohne Grenzen haben in Ihrem Jahresbericht die zunehmende Gewalt gegen Journalisten und Journalistinnen festgehalten, auch hier bei uns in Deutschland. Pressefreiheit ist nicht nur auf Zensurfreiheit zu reduzieren, sondern betrifft auch die Sicherheit der Journalistinnen und Journalisten bei der Erfüllung ihrer verfassungsrechtlich geschützten Aufgaben, der unabhängigen Berichterstattung. Jeder Fall von Einschüchterung, Bedrohung und Denunziation des freien Wortes ist ein Angriff auf die Demokratie. Er ist ein Angriff auf alle Demokratinnen, und deshalb verurteilen wir diese Gewalt aufs Schärfste. Wir müssen diese Taten erfassen, verfolgen. Von der Freiheit der Presse hängt unser demokratisches Miteinander ab, und hier muss der Rechtsstaat mit aller Konsequenz vorgehen. Und als Digitalpolitikerin weiß ich, dass wir hierin nicht weniger als die Spitze des Eisbergs sehen. Das Symptom eines grundlegenden Strukturwandels der Öffentlichkeit in unseren westlichen Demokratien, ein Problem, das weit über Deutschland hinausreicht. Was ist denn passiert, dass wir wütende Menschen auf der Straße sehen, die offenkundig nicht zwischen Verschwörungstheorien und bewusster Propaganda auf der einen Seite und einer sachgerechten, unabhängigen Berichterstattung auf der anderen Seite unterscheiden können oder wollen. Es gehört zu den natürlichen Effekten der sogenannten sozialen Netzwerke, dass die angemessene Organisation von Informationen, und früher nannten wir das mal den gesellschaftlichen Diskurs, dass das systematisch infrage gestellt wird. Und diese Unternehmen haben keinerlei Interesse daran, die Freiheit des Wortes im Sinne der Demokratie zu fördern. Wir dürfen nicht vergessen, dass vermeintlich jeder alles sagen darf, macht noch keine Freiheit und erst recht keine Demokratie. Und gerade bei Twitter, Facebook und Co. belebt Polarisierung und Spaltung sogar das Geschäftsmodell. Und diese Logik ist mit der Demokratie nicht vereinbar. Und deshalb ist es richtig, dass der Bundestag im letzten Jahr das Gesetz gegen Hasskriminalität und Rechtsextremismus beschlossen hat. Deshalb ist es richtig, dass der Deutsche Bundestag gestern die Weiterentwicklung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes beschlossen hat. Und deshalb ist es richtig, dass wir auf europäischer Ebene einen Digital Services Act und einen Digital Market Act beschließen werden, mit dem wir endlich die digitalen Plattformen stärker regulieren. Wir müssen die Gelegenheit nutzen, und den öffentlichen Raum und insbesondere die digitale Öffentlichkeit wieder aktiv zu gestalten. Denn gerade in der schönen neuen Welt werden die klassischen Medien eine zentrale Funktion übernehmen müssen. Zentrale Funktion der Medien ist und bleibt es, durch neutrale und unabhängige Berichterstattung die Selbstbeobachtung der Gesellschaft zu ermöglichen. Und auch das Bundesverfassungsgericht schreibt Ihnen eine wachsende Bedeutung zu. Vor dem Hintergrund der Risiken, die von der Netz- und Plattformökonomie ausgehen, geht es darum, ein vielfaltssicherndes und orientierungshilfebietendes Gegengewicht zu bilden. In diesem Sinne, vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Als Nächste erhält das Wort die Kollegin Sandra Bugendorfer-Licht, FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Man kann den Eindruck gewinnen, wir leben von Krise zu Krise. Von der Euro-Krise, der Migrationskrise und nun die Corona-Krise. Die eine Krise konnten wir vorerst mit Geld lösen, der anderen begegnen wir mit großer Menschlichkeit und nun setzen wir unsere Hoffnung auf den Impfstoff. Für eine Krise in diesem Land aber ringen wir noch um eine Lösung. Es ist die Krise der Gefahr für freie und unabhängige Berichterstattung. Eine freie und unabhängige Berichterstattung, die durch Gewalt, Bedrohung und Verrohung gefährdet ist. Seit Jahren wuchs in manchen Kreisen das Misstrauen. Bezeichnungen wie Mainstream-Medien oder Lügenpresse ebneten den Weg. Es folgten Gewaltfantasien, die nun in roher Gewalt gegenüber Journalistinnen und Journalisten gipfeln. Diese müssen nicht mehr in Kriegsgebiete reisen, um Gefahr für Leib und Leben zu spüren, Demonstrationen reichen, um bedrohliche Situationen zu schaffen. Der Maßstab bei manchen Menschen ist nicht mehr die reine Abblendung der anderen Meinung. Der Maßstab ist das Bekämpfen der anderen Meinung mit allen Mitteln. Dieser Zustand ist, und das sage ich ganz klar für alle Demokraten... Herr Kollege, wenn Sie durch den Saal schreiten, wäre ich dankbar, Sie würden Ihre Maske aufsetzen. Frau Kollegin, Sie können weiterreden. Die Redezeit ist berücksichtigt angehalten worden. Ich danke. Der Maßstab bei manchen Menschen ist nicht mehr die reine Ablehnung der anderen Meinung. Der Maßstab ist das Bekämpfen der anderen Meinung mit allen Mitteln. Dieser Zustand ist, und das sage ich ganz klar für alle Demokraten, nicht tragbar, nicht tolerierbar und nicht entschuldbar. Wir haben Menschen in diesem Land, die in einem kompletten informativen Paralleluniversum leben. Ermutigt durch Fake News, bestätigt durch alternative Fakten, aufgehetzt durch die Verrohung der Sprache und geprägt von der Überzeugung, dass Gewalt ein Mittel der Auseinandersetzung sein darf. Wir nennen sie Querdenker, Reichsbürger, Rechtsextremisten, Linksextremisten, Antisemiten, Verschwörungstheoretiker und Gewalttäter. Und eins eint diese alle, der Hass gegen unsere Freiheit. Und jetzt liegt es an uns allen, dagegenzuhalten, unsere Freiheit, unsere Demokratie, unsere Lebensweise zu schützen. Und es gibt keine Freiheit ohne eine frei und unabhängige Presse. Und dazu brauchen wir endlich eine Strafverfolgung, die konsequent und zeitnah aktiv wird. Ermittlungsverfahren, die rasch Klarheit schaffen und eine Rechtsprechung, die auch schnell Recht spricht. Wir brauchen einen noch besseren Austausch zwischen den Journalistinnen und Einsatzkräften vor Ort. Dazu müssen wir die Einsatzkräfte mehr sensibilisieren. Wir müssen überlegen, ob wir das Strafrecht anpassen, um deutlich zu machen, dass ein Angriff auf Journalistinnen immer ein Angriff auf unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat darstellt. Der Kern des Hasses und der Gewalt ist nämlich die Intoleranz. Die Intoleranz gegen eine andere Meinung. Was für ein Trauerspiel in einem pluralistischen Land. In einem Land, wo sich Journalistinnen und Journalisten verstecken müssen, möchte ich nicht leben. Lassen Sie es uns niemals so weit kommen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Sandra Bubendorfer-Licht war das aus der FDP-Fraktion in einer Debatte des Bundestages über den Schutz von Pressefreiheit und Medien. In dieser Debatte folgt jetzt Irene Mialic aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, wo sie innenpolitische Sprecherin ist. Irene Mialic, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, seit über einem Jahr beobachten wir mit großer Sorge die Entwicklungen bei den Querdenken-Protesten. Seit über einem Jahr warnen wir vor den Vernetzungen ins rechtsextreme Spektrum, vor den Allianzen mit bekannten Reichsbürgern und Rechtsextremen, vor den völkischen Rechten und Holocaust-Relativierern, die jede Woche in unterschiedlichen Städten angeblich für Friede, Freiheit und Demokratie eintreten, aber eigentlich das genaue Gegenteil im Sinn haben. Freie Medien als Systempresse oder Lügenpresse zu diffamieren, ist nicht neu. Das kennen wir schon von Pegida. Und schon viel zu lange haben wir in diesem Parlament eine Fraktion, die ein fragwürdiges Bild von Pressearbeit hat, was sie auch hier gerade in dieser Debatte in zwei Reden sehr eindrücklich unter Beweis gestellt hat. Bei der AfD wird der öffentlich-rechtliche Rundfunk gerne als Staatsfunk bezeichnet und von gekauften Journalisten geredet. Auch ehemalige Verfassungsschutzpräsidenten befeuern bedauerlicherweise diese Kampagne. Und selbst in der Union ist man nicht frei davon, wenn Abgeordnete Ihrer Fraktion hier an diesem Redepult davon sprechen, dass mit Blick auf das gesellschaftliche Klima angeblich ein Problem mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk besteht. Solche Aussagen haben Folgen und können das Vertrauen in unabhängige Medien nachhaltig schwächen. Und das können wir als Demokratinnen und Demokraten nicht akzeptieren, meine Damen und Herren. Die unabhängige Presse ist seit jeher der Feind rechtsextremer und demokratiefeindlicher Bewegungen. Angriffe auf die Pressefreiheit haben mit dem Aufkommen von Querdenken eine neue Qualität bekommen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir hier und heute dieses Thema auf die Tagesordnung heben, meine Damen und Herren. Journalistinnen und Journalisten werden eingeschüchtert und bedroht. Kameraequipment wird zerstört und sie werden daran gehindert, ihre Arbeit geschützt auszuüben. Die Angriffe hören aber nicht bei den Demonstrationen vor Ort auf. Reporterinnen und Reporter, die über Querdenken oder Verschwörungstheorien berichten, werden auch außerhalb von Demonstrationen im Netz und sogar privat bedroht, angegriffen und mit Hassnachrichten geflutet. All das hat dazu geführt, dass Deutschland auf der Rangliste von Reporter ohne Grenzen auf Platz 13 abgerutscht ist. Die Lage der Pressefreiheit in Deutschland ist damit nicht mehr gut, sondern nur noch zufriedenstellend. Aber das kann uns doch nicht zufriedenstellen, meine Damen und Herren. Auch die Kritik von Journalistinnen und Journalisten am teilweise mangelnden Schutz bei Demonstrationen muss dringend ernst genommen werden. Polizeiliche Einsätze, bei denen Medienschaffende nicht ausreichend geschützt werden konnten, müssen evaluiert werden und Einsatzkonzepte müssen auch dementsprechend angepasst werden, damit die Presse gefahrlos ihrem grundrechtlich geschützten Auftrag nachkommen kann. Die Pressefreiheit ist ein hohes Gut, das eigentlich selbstverständlich gegeben sein sollte, aber leider jeden Tag aufs Neue verteidigt werden muss. Deswegen ist es unsere Pflicht zu gewährleisten, dass Medienschaffende ihre Arbeit ungehindert wahrnehmen können. Ganz herzlichen Dank. Und wir nähern uns am Ende dieser Debatte. Drei Redner gibt es noch. Yvonne Markwas geht jetzt ans Pult aus der Unionsfraktion. Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Am Montag haben wir den Welttag der Pressefreiheit begangen. Meinungsvielfalt, Meinungsfreiheit und publizistische Vielfalt sind die Grundpfeiler freier und offener Gesellschaften sowie der demokratischen Willensbildung. Und leider sehen wir mit Desinformation und Hassrede vermehrt auch negative Aspekte unserer digitalen Welt. Sie gefährden die freie Meinungsbildung und den offenen Diskurs. Sie sind eine Gefahr für unsere Demokratie. Das spüren wir auch gerade jetzt in der Corona-Krise. Im Internet, in den sozialen Netzwerken und auch auf den Plattformen kursieren gezielte Falschinformationen und Beleidigungen, die auf Manipulation und Verunsicherung abzielen. Zum Beispiel beim Thema Impfen oder auch bei den Impfstoffen. Männer und Frauen sind dabei gleichermaßen von Hass und Hetze betroffen. Frauen sind aber überproportional häufig im sexuellen Kontext oder im Hinblick auf ihr äußeres Erscheinungsbild mit Hasskommentaren konfrontiert. Dem gilt es, mit aller Kraft entgegenzutreten. Wir brauchen nationale und europäische Gesetze. Wir brauchen die Bündelung aller Kräfte aus Politik, Medien, Aufsicht, Justiz und Plattformbetreibern, damit sich die Menschen unseres Landes auch in Zukunft über vertrauenswürdige, verlässliche und unabhängige Medien informieren und frei ihre Meinung bilden können. Diese Forderungen finden wir auch in den Anträgen und in dem Antrag der FDP. Ja, hier sind wir auf einer Linie. Aber wir haben ja auch bereits wichtige Maßnahmen in der Koalition umgesetzt und auf den Weg gebracht. Einiges wurde schon genannt. Das ist das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, welches wir gestern erst nachgeschärft haben. Das ist das Gesetz gegen Hasskriminalität und Rechtsextremismus. Aber das ist auch auf europäischer Ebene die zentralen und umfassenden Regulierungsansätze des Digital Market Acts und des Digital Service Acts. Auf nationaler Ebene haben wir natürlich auch mit dem Medienstaatsvertrag und einigen Änderungen im Kartellrecht ein modernes Regelwerk geschaffen. Es gibt aber auch auf Länderebene tolle Initiativen und Projekte, die wir unterstützen. Und hierzu gehören unter anderem die Initiative Gemeinsam gegen Hass im Netz von der Sächsischen Staatsregierung und der Sächsischen Landesmedienanstalt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, seriöser Journalismus und vertrauenswürdige Medien sind das beste Mittel gegen Desinformation. Die Medien können ihre Rolle als Vermittler recherchierter und im journalistischen Sinne neutral aufbereiteter Informationen nur dann nachkommen, wenn sie auf den Medienplattformen auch für den Nutzer auffindbar sind. Und daher ist es wichtig, dass die im Rahmen der nationalen und europäischen Medienregulierung gefundenen Lösungen nicht durch die betroffenen Plattformen und Netzwerke mittels eigener Regelungen umgangen beziehungsweise ausgesetzt werden dürfen. Das müssen wir klar ausschließen. Es gehört aber auch dazu, dass die Menschen Seriöse von unseriösem Journalismus unterscheiden können. Daher wollen wir zur weiteren Erhöhung der Medienkompetenz, die bisherigen Projekte der digitalen Bildung in Kitas, in Schule, im Bereich der Lehrerausbildung, bei Trägern der Erwachsenenausbildung sowie Fachhochschulen und Universitäten fördern und weiterentwickeln. Und das Schulfach Medienkompetenz könnte gern auf den Lehrplänen auftauchen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich die Stärkung der lokalen Medien und unserer dualen Medienordnung. In der Pandemie hat sich gezeigt, dass insbesondere die Programme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks die Menschen und hier auch besonders die jüngere Generation als meistgenutzte Anbieter überzeugt hat. Gründe für die gestiegene Nutzung liegen vor allem in der Glaubwürdigkeit und der Vertrauenswürdigkeit der Inhalte auf den öffentlich-rechtlichen Sendern. Wir als Union stehen deshalb auch zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk und dessen erfolgreicher Weiterentwicklung. Das Ganze natürlich eingebettet in einer starken dualen Medienordnung. Und ja, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, wir sehen auch die Rolle der privaten Sender. Die privaten Rundfunkanbieter wurden durch den Bund in der Corona-Krise mit 20 Millionen Euro unterstützt. Hinzu kommt, dass sie auch die Möglichkeit haben, vom steuerlichen Verlustrücktrag Gebrauch zu machen. Die entsprechenden Forderungen in ihrem Antrag sind daher weitgehend überholt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in den kommenden Jahren wird es weiter darum gehen, Medien- und Meinungsvielfalt zu stärken. Qualität muss in der digitalen Welt stärker gefördert werden. Dazu gehören eine beherzte Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die Stärkung der Privatsender, die Unterstützung regionaler und lokaler Medien, die Stärkung der Medienkompetenz sowie die selbstregulatorische und, wo nötig, auch die regulierte Verantwortung der großen Konzerne. Das alles für einen qualitativen, vielfältigen Journalismus und gegen Desinformation und Hassreden im Netz. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Herr Kollege Mieruch, Sie müssen aufgerufen werden. Nächster Redner ist der fraktionslose Abgeordnete Mager Mieruch. Herr Präsident, ich wollte etwas Zeit spannen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Pressefreiheit und Presseunabhängigkeit sind für eine Demokratie elementar. Und nicht umsonst spricht man von der vierten Macht, welche hinsichtlich Objektivität und Neutralität eine besondere Rolle zukommt. Und ja, die Pressefreiheit wird immer wieder angegriffen. Und nein, das dürfen wir nicht hinnehmen. Mit der gleichen Konsequenz sollten wir aber auch auf die Presseunabhängigkeit achten. Als im letzten Jahr die Corona-Werbefilme hohe Wellen schlugen, war das für mich Anlass, unseren Regierungssprecher Seibert zu fragen, wie viel Steuergeld unsere Regierung eigentlich an private Medienunternehmen zahlt. Die Antwort von 2015 bis 2020 satte 220 Millionen Euro. Das ist eine nicht unerhebliche Summe angesichts rapide gefallener Auflagen vieler Zeitungen und Verlage. Gute 1,8 Millionen Euro kostete dabei die Corona-Kampagne, bei der man dem Lockdown gebeutelten Zuschauern empfahl, doch einfach auf der Couch sitzen zu bleiben. Konzipiert wurde das von der Hirschengrub, einem Schwergewicht im Marketing. Sowohl die Grünen als auch die CDU pflegen gute Kontakte dorthin. Nun wollte ich von unserem Regierungssprecher wissen, an wie viele Medienunternehmen diese Corona-Werbefilme verteilt wurden und wie viel Steuergelder die jeweils dafür bekamen. Das zu beantworten, verweigert er seit einem Jahr. Die Geschäftsgeheimnisse dieser Unternehmen wären hier höher zu bewerten als mein parlamentarisches Frage- und Kontrollrecht. So seine Einzelfallentscheidung. Was für eine Frechheit. Aber Seibert setzte noch einen drauf, denn ich gab mich damit nicht zufrieden und wurde endgültig abgewürgt. Der Sachverhalt wäre jetzt auch hinreichend erörtert. Da frage ich doch, wo sind wir eigentlich hingekommen in einem Land, wenn der Regierungssprecher entscheidet, was ich als Abgeordneter wann und wie tief fragen darf. Das ist ein Skandal, meine Damen und Herren, der eine Organklage wahrlich verdient hat. Aber es gibt noch ein weiteres Beispiel. Am 12. Januar dieses Jahres luden Herr Seibert und Kanzler am Chefs Braun Pressevertreter zu einem Hintergrundgespräch ein. Kurze Zeit später bestimmten die Corona-Mutanten die Schlagzeilen der Medien. Ich wollte also wissen, wer teilnahm, was besprochen wurde und noch einiges mehr. Die Antwort, darüber führen wir keine Erhebungen. Ja, bitte was. Seit einem Jahr muss jedes Restaurant eine Liste führen, wer alles da ist. Und das Ganze gilt im Kanzleramt und im Bundespresseamt nicht. Wen will man hier eigentlich für dumm verkaufen? Ich hakte also wieder nach, dass man binnen eines Monats doch kaum so vergesslich sein könnte. Und die Antwort war, ich solle doch Verständnis haben, dass man dazu keine weiteren Informationen herausgibt. Nein, sage ich sehr deutlich und sehr laut, dafür habe ich kein Verständnis. Denn das, meine Damen und Herren, sind nicht nur Beispiele, wie das parlamentarische Fragerecht seitens der Regierung auf schamlose und skandalöse Weise ausgehebelt wird. Nein, es stellt auch die Unabhängigkeit von Medien erheblich und begründet in Frage. Denn wenn Medien Kampagnen fahren, die unter Umständen vorher mit der Regierung abgestimmt oder gar gemeinsam orchestriert wurden, und diese Medien das den Bürgern verschweigen, dass sie ihre Infos aus dem Kanzleramt haben, dann haben diese Medien ihre Unabhängigkeit ganz freiwillig gegen Handlangertum getauscht. Und so wird aus Journalismus Propaganda. Und auch dagegen muss ich eine Demokratie wehren. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Miro. Letzte Rednerin in dieser Debatte ist die Kollegin Dr. Barbara Hendricks, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Als zufriedenstellend haben Reporter ohne Grenzen die Lage der Pressefreiheit in Deutschland bezeichnet. Nicht als gut, wie in den Jahren zuvor. Das Zeugnis, dass Deutschland Ende April in der weltweiten Rangliste ausgestellt wurde, kann uns eben nicht zufriedenstellen. Platz 12 von 180 Plätzen hört sich dabei zunächst akzeptabel an. Aber wenn es um die Pressefreiheit geht, dürfen wir uns eben nicht erlauben, Abstriche zu machen. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich rede hier nicht davon, dass unsere Pressefreiheit nicht funktionieren würde. Selbstverständlich können Medien in unserem Land in der Regel frei und unabhängig berichten. Durch staatliche Maßnahmen, wie das in vielen Ländern leider traurige Realität ist, werden sie nicht eingeschränkt. Doch es gibt immer wieder Fälle, in denen Journalistinnen und Journalisten bedroht, in ihrer Arbeit behindert oder angegriffen werden. Und im vergangenen Jahr stellt sich die Situation der Pressefreiheit schlechter dar als zuvor. 69 körperliche Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten. Fünfmal mehr als im Vorjahr zählte das European Center for Press and Media Freedom. Etwa die Hälfte dieser Angriffe hatte einen rechten Hintergrund. Sieben Prozent hatten einen linken Hintergrund. Und auch die Tatorte wurden dokumentiert. 71 Prozent aller Angriffe fanden bei pandemiebezogenen Demonstrationen statt. Dabei sind es nicht nur die Reichsbürger und Rechtsextremisten, die bei den Demonstrationen zuschlagen. Die Hemmschwelle sinkt auch bei Menschen aus der sogenannten Mitte der Gesellschaft. Und die Angreifer reihen sich damit ein in die Reihen der Demokratiefeinde der neuen Rechten, deren parlamentarische Arm hier im Plenum sitzt. Auch wenn sich die Fraktionsvorsitzende Weidel im ZDF beschlecht als Recht von den Corona-Leugnern distanzieren wollte, ihre Leute machen sich gemein mit den sogenannten Querdenkern. Der Abgeordnete Hilse trug hier am Rednerpult des Deutschen Bundestages ein T-Shirt, der mittlerweile vom Verfassungsschutz beobachteten sogenannten Querdenker. Der Abgeordnete Müller machte sich mit Verschwörungsideologen gemein, als er vor dem Brandenburger Tor die Menge mit seinem Gerede vom Ermächtigungsgesetz aufpeitschte. Der Grund für die Zunahme von Gewalt ist daher eindeutig. Die Leute, die von Diktatur und Lügenpresse reden, schränken gleichzeitig die freie Berichterstattung massiv ein. Um der Gewalt auf Demonstrationen zu begegnen, hat die Polizei Hannover einen neuen Ansatz gewählt. Sie kündigte an, bei den Querdenker-Demonstrationen künftig spezielle Schutzzonen für Reporterinnen und Reporter zu schaffen. Dieser sicherlich gut gemeinte Vorschlag ist meines Erachtens aber nicht zielführend. Er erlaubt es dann zwar Medienvertretern, in einem geschützten Bereich ihrer Arbeit nachzugehen. Nur bedeutet dies im Umkehrschluss ja auch, dass die Polizei den Schutz außerhalb dieser Zonen nicht gewährleisten kann. Das Recht auf eine freie und unabhängige Berichterstattung muss dabei jedoch zu jeder Zeit und überall durch die Polizei gewährleistet werden. Sicherlich kennen Sie auch das Video der von mir geschätzten Journalistin Dunja Hayali, die sich im vergangenen Jahr bei ihrer Arbeit für das ZDF ausschließlich mit privaten Personenschützern auf einer Demonstration in Berlin bewegen konnte. Sie musste den Dreh dennoch abbrechen, weil die Anfeindungen und Bedrohungen ihre Sicherheit massiv einschränkten. Ich würde mir daher von der Polizei manchmal mehr Sensibilisierung für das Thema und auch neue Einsatzkonzepte wünschen. Denn es ist der Staat, der die Pressefreiheit zu schützen hat. Gleichzeitig sind aber auch wir alle es, die mit unseren Werten vorleben müssen, dass andere Meinungen zu einer freien und pluralistischen Gesellschaft dazugehören. Vergessen sollten wir aber eines nicht. Bedrohung, Beleidigung und Gewalt sind keine Meinungen, es sind Straftaten. Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Hendricks. Damit schließe ich die.